Sie waren aus Deutschland, Frankreich, Russland und Belgien angereist. Ja, sogar Japaner waren gekommen, die allerdings in Europa leben. Dass sie sich ausgerechnet in Lingen trafen, hat einen Grund. Die Stadt gilt als wichtiger Atomstandort. Denn neben dem AKW, das 2022 vom Netz gehen wird, gibt es hier auch eine Brennelemente-Fabrik. Von Lingen aus werden halt so gefährliche Atomkraftwerke wie Duhl bei Antwerpen in Belgien beliefert, aber auch Fessenheim und Katanom in Frankreich. Und da sagen wir, das ist mit dem Atomausstieg in Deutschland nicht vereinbar, wenn man hier aussteigen will und gleichzeitig aber die Brennelemente für Atomkraftwerke in den Nachbarländern liefert, die dann auch schwere Störfälle produzieren können. Die Atomkraftgegner fordern die sofortige Abschaltung der AKW Lingen und Gronde an der Weser. Dazu sollten die Lingener Brennelemente-Fabrik und die Urananreicherungsanlage in Gronau ebenfalls schließen, denn die sind nicht Bestandteil des deutschen Atomausstiegs. Auch halt in den Nachbarländern, die Kernkraftwerke laufen weiter mit Uran, angereichertem Uran aus Gronau, mit Brennelementen hier aus Lingen. Ich glaube, die haben über 30 Prozent vom Weltmarkt beliefert, die auch zum Beispiel nach Japan. Der Betreiber der Brennelemente-Fabrik Areva wollte heute kein Interview geben. Ein Sprecher verwies schriftlich auf das Know-how und auf 300 Arbeitsplätze, die beinahe Schließung verloren gingen. Und ich denke, da geht es nicht um ein paar hundert Arbeitsplätze. So traurig das ist, aber wenn ich zum Beispiel an den Bergbau denke, wo es Leute gibt, die mit über 3.000 Euro im Monat mit 43 Jahren zum Beispiel in Rente gegangen sind, vor Hohestand, dann denke ich, das dürfte mit ein paar hundert Leuten hier auch möglich sein. Die Lingener Kundgebung mit mehr als 700 Teilnehmern werten die Atomkraftgegner als großen Erfolg. Die Polizei wertet sie als sehr friedliche Veranstaltung. Weitere Proteste, vor allem gegen die Brennelemente-Fabrik, wurden heute schon angekündigt.